ja hallo hier kommen wir zu einem neuen video von mir ein produkt von mehlen weiter geht es nach dem intro hier habe ich ein produkt von mehlen das ist aus deutschland und das ist ein allrounder so nennt sich das von classic wir öffnen das mal gemeinsam also die haben auch andere produkte wie power banks ladekabel kopfhörer hier steht sogar noch morgen drin mehr auch nicht hier ist nun mal alles beschrieben wofür man das nutzen kann hier ist der lightning stecker drin usb type sie die spiralkabel schneckenkabel die man es nennen möchte ist hat micro usb und den usb a und dann gibt es noch einen adapter von a auf c ich glaube viel muss man nicht dazu sagen hier wird das produkt eröffnet bisschen der kunststoffhülle hier ist so ein gummizug dass man das irgendwo vielleicht irgendwo festmachen kann also ich dachte mal um das handgelenk ist ein bisschen merkwürdig das ist dann auch gut verpackt dann ruhig dass man hier so raus das ist jetzt hier den micro usb und hier ist der usb a und dann kann man auch schön auseinander ziehen hier haben wir den usb type c vom micro dann haben wir hier den lightning und hier haben wir den usb type c auf usb ich finde das nicht schlecht so hat man verschiedene produkte abgesichert oder nutzbar wenn man unterwegs mal irgendwo laden möchte oder man hat eine power bank oder sowas ich finde das nicht schlecht was sagt ihr dazu wie gesagt kann man schön wieder verpacken und dann kann man es auch wieder mitnehmen fliegt hier nicht mit durch die gegend hier steht das auch noch mal drin von milan das ist ein deutscher produzent wenn ich ganz rein so dann kann man es wieder zu machen und das war es dann preis meine ich liegt so um die acht neun euro zehn euro das unterschiedlich ich habe das mal geschenkt bekommen ich finde das nicht schlecht ist ein gutes nettes gadget für unterwegs man hat dann immer alle lademöglichkeiten dabei das soll sich auch gewesen sein und dann sehen wir uns wieder im nächsten video bis dann euer riverdave ja ich hoffe das video hat euch gefallen und liked mich und teilt mich und abonniert doch mein kanal damit in zukunft keine weiteren videos verpasst bis dann euer riverdave